Jungs, bevor das Video anfängt, müsst ihr erstmal klatschen für diesen krassen Clickbait-Titel. Da hab ich wirklich, da hab ich auf jeden Fall was rausgehauen, Jungs. Da muss man einfach erstmal klatschen. Und damit ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream hier auf meinem Kanal. Cool, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und zwar, weil jetzt extrem viele Leute Ferien haben, extrem viele meiner Abonnenten keine Schule haben, hab ich mir überlegt, ich geh einfach mal auf einen Wunsch ein, den ihr wirklich als Community ziemlich oft hattet. Und zwar werde ich heute ab 15.30 Uhr einen 12-Stunden-Livestream machen. Wir werden auf dem PC die ganze Zeit spielen. Ich wollte eigentlich auch auf der PS4 zocken, allerdings hätte ich mir die von einem Freund ausleihen müssen. Das hatte ich auch gemacht und das war eigentlich auch alles geklärt. Allerdings hat sich das kurzfristig dann nicht mehr ergeben und das Ganze ging leider nicht mehr. Und ich konnte jetzt auch keine neue PS4 organisieren. Darum tut es mir auf jeden Fall leid. Aber ich arbeite auf jeden Fall daran, dass wir bald mal auf der PS4 alle zusammen zocken können. Heute auf jeden Fall nur noch auf dem PC. Wir werden auf jeden Fall zunächst erstmal GTA zocken und dann auf jeden Fall auch noch andere Spiele. Ich kann euch gerne mal zeigen, wie ich ein Thumbnail mache, wie ich was schneide, wie ich mir Ideen für andere Videos hole. Ich kann mal eure Kanäle anschauen, wie ihr das Ganze wollt. Wirklich, wir haben da unnormal viel Zeit. Außerdem soll das Ganze so als kleiner Spenden-Livestream in Anführungszeichen zählen. Denn einmal, wenn ihr eine Spende gebt, werde ich auf jeden Fall eine Minute länger streamen. Das heißt, bei 10 Spenden, 10 Minuten, bei 20 und so weiter und so fort. Ihr habt es schon verstanden. Und von dem Geld, welches ich dann sozusagen zusammen habe, werde ich mir eine PS4 holen, damit wir wirklich alle zusammen auch mal auf der PS4 zocken können. Also ihr merkt, ich gehe damit nicht irgendwie fett essen oder einkaufen oder sowas. Nein, ich hole mir eine PS4. Klar, das ist natürlich auch was Gutes für mich. Aber ich möchte euch damit auch was zurückgeben. Und es soll dann sozusagen eine Community-Playstation sein, mit der ich dann auch mit euch regelmäßig zocken kann. Ansonsten dürft ihr natürlich alle sehr, sehr gerne mitspielen. Wir werden auch Heists machen. Da geht es natürlich ein bisschen schwerer, da ich dann lieber mit den Leuten zocke, die auf dem TS sind, damit man sich einfach besser absprechen kann und so weiter. Aber bei Rennen und Deathmatches und so weiter könnt ihr natürlich alle gerne mitspielen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich den einen oder anderen heute Abend sehen werde. Ihr könnt ja jetzt schon auf den Stream gehen und schon mal ein Like droppen, wenn ihr wollt und zeigen wollt, dass ihr wirklich richtig Bock habt auf den Stream. Jetzt bin ich auf jeden Fall raus. Habt noch einen hammergeilen Tag. Ciao. Haut rein. Peace.